moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ja heute die elfte folge von ls ellerbach und wir sind gerade auf dem weg zum händler und ein paar sachen abzuholen falls ihr die letzte folge nicht gesehen habt schaut ihr unbedingt an da habe ich noch ein bisschen was erklärt es wird noch ein extra video kommen wegen der bewerbung aber ja dabei war es das das ist das was ich dabei gekauft habe da das mal bis jetzt am hoher fahm Nein, der Wüste, der die Schweine haben will. Echt einen anderen Traktor vielleicht. Ja, das ist der Wüste, der Wüste, der Wüste, der Wüste, der Wüste. Ja, der Wüste, der Wüste, der Wüste, der Wüste. Okay, da... Das ist jetzt immer noch und dann ... Aber so ist das, und so was kann ich gar nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hätte doch nur 3 bestellen sollen, aber ich kann So, Leute, da war gerade ein kurzer Grad Oh, ja, 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 ich habe die Barenkabel Ja, 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 ich habe die Barenkabel Ja, ich habe die Barenkabel Ja, ja, ich habe die Barenkabel 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 Ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ihr alles gerne Lack das oder mir egal Bis dahin Ciao, ciao